Servut, zurück bei Let's Play Resident Evil 2, den Remake. Wir sind aus der Tiefgarage entkommen und sind in einer kleinen Abteilung des Polizeireviers. Und anscheinend müssen wir wieder zurück. Das finde ich schon irgendwie cool. Man kommt und ist dann gleich wieder da. So, ich habe mir in der letzten Folge noch ein Spread herausgenommen. Okay, das könnte ich zumachen. Das könnte ich nicht zumachen. Ich will irgendwie noch keins zumachen. Äh, Servus. Äh, okay. Das müssen wir zumachen. Benutzen. Du kommst dir nicht vorbei. Ich hoffe, das ist der Einzige. Wie schaut es denn hier aus? Das müsste ich auch zumachen. Aber ich glaube... Alter! Nein, 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 nein. Kommt schon, kommt schon. Setz, liebe Kleine. Jawohl. Ähm... Ich war das nicht. Du bleib schön da. Alter. Die stehen erst sicher nochmal auf. Ich benutze erst mein Messer nochmal. Ja. Ich... Ah, die sind hartnäckig. Ah, sehr hartnäckig. Ich habe gar keinen Schuss. Ja. Okay. Ah. Der ist hinüber. Ich renne schon lange mit einem verletzten Leon herum. Steht der einmal auf? Da ist ja noch einer. Wenn der erst aufsteht, bin ich im Arsch. Ja, der steht nochmal auf. Jetzt nehmen wir, oder? Doch! Komm schon. Bleib liegen. Das gibt es doch nicht. Super. Ich glaube, ich glaube, jetzt ist er... Äh... Ich glaube, jetzt ist er tot. Oh, Mann. Den... Siehe ich ja, den triefe ich ja. Komm. Voll daneben! Zweimal! Ja. Wie langsam der da aufsteht. Verdammt! Was ist jetzt los? Ich habe schon mal besser geschossen. Nein, nein, nein! Ich gebe ihn trotzdem noch. Natürlich steht er nochmal auf. Nein! Ich habe noch genau einen Schuss! Ich muss die Waffe wechseln. Nein! Uah! Oh! Das hat jetzt verdammt geblendet. Boah! Ja, gibt da hinten einen Fried. Das gibt es ja nicht. Oh, ja. Ich erinnere. Das war... Das war... Achso, das ist... Das spiegelt sich das hinter mir? Nein. Das war genau das... Oh, was hängt hier? Ein Messerchen. Na, das freut mich aber... Das war genau hier, wo ich den Komischen das erste Mal begegnet bin. Oh! Und der lebt doch noch. Jetzt nicht mehr. Ich habe dich von deinen Leiter löst. Okay. Aha, da habe ich alles. Das heißt, ich könnte rein theoretisch wieder zurück zum Marvin, der ja eigentlich... Ja, hier habe ich alles verbarrikadiert. Das findest du, ob ich verbarrikadiert. Okay, das ist cool. Das habe ich gut gemacht. Ja. Tut mir leid, du musst draußen bleiben. Ich könnte eigentlich da komplett retouren. Ich will aber noch einmal da entlang schauen. Dass ich ja nichts... Okay, nein, da glaube ich habe ich nichts übersehen. Aber sicher jetzt aber schauen wir noch einmal. Das war der Raum. Bitte, wenn das Licht angegangen hat, dauert ich mir aber auch mal leichter. Ja, genau. Das war der Raum. In dem bin ich ja am Anfang einer geraten, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber hier habe ich eigentlich eh nichts übersehen. Auch wenn man die Räume anzeigt werden, dass da nichts ist. Ich möchte trotzdem noch einmal schauen. Und das Tor ist ja eigentlich offen. Genau, das ist jetzt offen. Oh, shit. Marvin. Wie geht es dir? Er hat sich umgebracht. Er wollte kein Zombie werden. Er ist ein Zombie geworden. Hat sich nicht umgebracht. Oh, nein. Aber... Es tut mir leid. Ich werde dich von deinem Leid erlösen. Ich habe keine Sch... Alter! Komm schon, komm schon! Ich erlöse dich. Ich habe ihn das komplette Gesicht weggefetzt. Äh, nö. Alter, die Hand! Also auf jeden Fall ein Punkt für perfekte Grafik. Und der Eingang ist es zu. Kann ich irgendwas hier auf dem Laptop machen? Nö. Gut, ich habe die Kurbel. Ich hätte da ja noch beim letzten Mal ja noch was gefunden. Was haben wir da? Oh, Munitionstechnisch schau dir gerade wirklich hochwertig, hochwertig, Schaltschrankteil, hochwertig, blau, genau. Ein Filmchen. Den wollte ich haben. Und den Karoschlüssel nehme ich mir auch noch heraus, denn ich hatte noch irgendwo einen Raum, der versperrt war mit Karo. Ja, die Wäschekammer. Da war noch eine Tür. Also gehen wir zuerst den Film entwickeln. Wie gehe ich da am besten? Am besten wäre es, wenn ich durch mein Bild, also wo ich eigentlich hätte arbeiten sollen, durchgehe. Wie schaut es aus? Nachladen werden wir mal. Du bleibst dir liegen. Ich habe da gerade was. Keh, ja. Alter, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Ich will. Nee, 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 nee. Ganz leise jetzt bitte, Leon. Wo kommt der her? Nein, 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 nein. Alter. Ich will mich nicht umdrehen. Nein, ich drehe mich nicht um. Du sei schön ruhig da vorne. Wenn ich von dir einen Ton auch nur höre. Ich will nur in den Dunkelraum. Der verfolgt mich ganz sicher. Der verfolgt mich ganz sicher. Alter. Und weg. Alter. Man bleibt das jetzt schnell. So. Wie kommt da der Herd? Den letzten Lick habe ich zwar umgebracht, aber mit dem Munitionsstatus. So. Ein Filmchen. Spind im dritten Floor. DCM. Es ist aber cool. Ich muss da eh rauf. Da ist doch der Karoschlüssel auch. Okay. Aber das heißt, ich muss auch an meinem Freund wieder vorbei. Also da kann ich mich eh noch bewegen. Also da fahre ich also, was in dem Spind da auch noch ist. Na super. Ich bin nicht da. Hier ist niemand. Wieso springt er nicht nach draußen und erledigt dafür mich den Zombie? Ich traue mich überhaupt nichts. Im dritten Floor. Das heißt, ich muss noch hinauf, hinauf. Oh mein Gott. War das vorher auch schon so? Oder kommt es mir jetzt noch so vor? Erwischt er mich da noch? Hört er mich da noch? Ah, das bist du. Ich glaube, ich glaube, ich bin safe. Der bleibt da unten. Ist dir das von da herum, Mann? So. Das wäre dann hier. Na, ich bin neugierig, was mich hier erwartet. D. C. M. Yeah. Was ist das? Magnum Munition. Nice, aber bringt mir gerade nicht viel, da ich noch immer keine Magnum, Magnum habe. Gut, dann muss ich jetzt. Ist hier eigentlich alles erledigt? Ja. Der Uhrenturm. In dem muss ich noch. Habe aber bis jetzt noch keinen Zugang gefunden. So. Im zweiten Floor war dann noch ein Karoschlüsselchen. den holen wir uns noch. Da musste ich, soweit ich weiß, hier durch. Kann das sein? So. Jetzt sollte das safe sein. Da haben wir alles. Und hier war mein Freund, der hier nicht mehr ist. Oh shit, ist der das? Ist da noch einer? Ja, er ist ja auf zum Stellen und ich meine, das sind lauter Gefährliche ins Starsbüro. es bringt mir noch gar nichts. Da ich wieder über diesen komischen USB-Stick eigentlich in die Wäschekammer. Und ab Bild weg. Ah, Bild wieder da. Kompletter Ausfall. Okay. Ähm, Capture Card. Kurz einmal aufgehängt. Den kann ich wegwerfen. Das ist gut. So. Warum liegt der eigentlich da herunten? Das ist ein Grund. Und? Nein, eigentlich nicht. Normalerweise bin ich dafür geordnet, aber ja, keine Ahnung. Was haben wir hier? Ein Schießpülperchen. Na, das nehmen wir doch gerne. Ich hoffe, das war nicht das Einzige da herinnen. Nichts, nichts. Äh, meine alten Socken. Oh, hier liegt noch was. Ein tragbarer Tresor. Yeah. Ist da die zweite Taste drinnen? Dann gucken wir mal. Oh, das ist ja das Rätsel. Pip. Okay. Hehehe. Das kann's nicht sein. aber dann so, 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 bitte, 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 Aha, nein. So, 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 so. Fifty-fifty Chance. Nach oben oder unten? Unten. Nein, das war genau das Falsche. So. hier, 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 Tot, 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 okay, na. Und, 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 ja, ich bekomme die Taste, ich bekomme die Taste. Das heißt, ich kann mein Inventar weiter. Uh, ist das cool. und wie gehe ich da am besten? Ich muss noch mal, wenn ich nach unten bei der Bibliothek durch den Eingang durchgehe, wäre, glaube ich, der kürzeste Weg und ich müsste nicht den ganzen Weg zurück mit dem Licker. So, hier bin ich in der Bibliothek. Da durch, genau. Nach unten. schon langsam kennt man sich dann auch aus. Man braucht gar nicht so viel die Karten. Also, das muss man schon sagen, am Anfang ist das sehr, sehr verwirrend und alles, aber nachher dann braucht man gar nicht mehr so viel die Karten. Ich habe nur vergessen, wo die ganzen Räume sind, die ich eigentlich wurde noch nicht durchgekommen bin. schön langsam. Wo ist er? Er ist hier irgendwo. Tack! So, hier kommt er nicht rein, glaube ich. Naja, was tut er mir eigentlich aufhalten, aber ja, sehr schön. So, wir brauchen den Kasten 103 für ein Messerchen, ich nehme es mir trotzdem, 203. Von den Messern her sind wir noch gut ausgestattet. 103 Enter. Sehr schön. Und dann noch 203. Enter. Sehr schön. Ein Messer. Und eine Erweiterung, eine Erweiterung, eine Erweiterung. Man kann nie genug Platz haben. Eine Gürteltasche, ja. rein theoretisch sollte ich noch zwei Gürteltaschen finden. Worüber ich mich jetzt einmal direkt fahren würde, wäre Schießpulver, normale Schießpulver. Oder, oh shit, nein. Ist ja da noch mal durch. Oder, verrate ich euch später, wenn ich da durch bin. Ich meine, ich bin so froh, dass ich nicht gegen die Licker alle kämpfen muss, weil die Fresse hat letztendlich schon gewaltig für Munition und vor allem auch Heilmittel gefressen, finde ich irgendwie. Büro Westseite, was ist hier noch offen? Warum ist das noch rot oder ist das da rot? Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe doch, habe ich da irgendwas übersehen? Das ist mein Platz. Ja, hier habe ich was übersehen. Munition! Dreischuss. Ich meine, hallo, wollt ihr mich verorschen? Dann habe ich aber da auch noch was übersehen. Muss ich erst wirklich rauszehren? Ich kann das nicht verlassen, ohne nochmal nachgesehen zu haben. Irgendwas habe ich übersehen. war das hier? Ich gehe mal hier entlang. Ja, vielleicht? Nö. Hier ist doch nichts. Was habe ich hier übersehen? Hier ist gar nichts. Freund! Ja, 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 geh zurück! Besprechungszimmer. Wenn ich hier zurückgehe... er ist recht entspannt noch. Also von ihm in die Ecke treiben lassen ist vielleicht nicht so gut. Geh weg! Geh weg! Du hörst nichts! Der hat mich total eingekästelt. Ich komme nicht raus. Der muss wieder weg. Der muss noch zurück. Der berührt mich fast. Du bist echt störend und nervhaft. Ja, geh da weiter. Ja, du bist ein braver lecker. Und wie der folgt. Ich bin ganz ruhig. Irgendetwas ist noch hier. Na, hier ist aber nichts mehr. Na, hier ist sicher aber auch nichts mehr. Ja, 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 ja. Ich geh ja schon. Läser. Was tut mir? Der hat was für mich. Hat mir gar nicht aufgefallen. Ja, supi! Pistolenmunition. Ich meine, das ist ja wenigstens... Nein! Wie ist denn jetzt auf mich drauf gekommen? Erste-Hilfe-Spray. Ich hab schon glaubt, ich hab kein's mehr. Love Leon! Da renn! Da renn! Da renn! Da renn! Da renn! Da renn! Bleibt im Gang! Wie konnte das für ein bisschen Pistolenmunition? Okay. Na gut, wir haben ein bisschen gelootet. Ich hoffe, es war zwar spannend, aber storymäßig glaube ich, sind wir nicht so wirklich weitergekommen. Aber dafür haben wir einen guten Loot. Ich meine, wenigstens ein bisschen Munition wieder. Warten wir gleich einmal nach. So, was brauchen wir noch? Massermunition ganz dringend. Das Messer brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Und die Magnum... Wow! Fünf-Magnum-Munition. Die brauchen wir auf jeden Fall auch nicht mehr. Ich würde mir gerne das Schießpulver aufheben. Und auch nicht mit hochwertigem Schießpulver. Also gut. Ich sage, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit euch. Ciao mit euch. Servus mit Vogelvau. Tschüss! So- eh soulnch! Ach. ich bin's ist. Gü wills 呀 itu Ich bin's